Ich würde sagen, wir machen dann nachher noch eine Etage drüber. Hast du eigentlich einen Stein? Nein. Okay, dann warten wir, bis es hart wirkt, beziehungsweise da kommt ein Zombo hinter dir. Mit Regenmantel, ist klar. Kommt noch einer mit Regenmantel. Das ist ja nicht nachtwürdig. Du bist gleich tot. Wie das aussieht, wie soll ich... Ok, ich drag mich mal hier runter. So, weil hier ziemlich Stein, dann können wir uns damit wenigstens Schmelzofen abbauen, weil ich hab ja hier Eisenerb abbaut. Ich hab den Typen einfach mal in die Runde. Ich müsste eigentlich... Du bist ja der Beste. Ich bin der Beste, weil du bist. Ich bin oben, du Wippsgold. Ich brauche ja nur recht auf das Ding von mir drauf springen, dann schau es doch nicht. Sag doch, dass du Gäste eingeladen hast. Ja, als Farmgebiet. So, jetzt muss ich rein theoretisch. Jawohl, jetzt kann ich ein Bound. Ich bin der Beste weg. Okay, ich bin der Beste weg. Wo willst du bloß nochmal den Schmelzofen hinstellen? Ach, ich bin der Liebes. Okay, dann stellen wir ihn gerade mal hier hin. Schön mittig. Gehen wir planen in den Schmelzofen! Ja? Ja? Die kommt Was ist hier lieber, eine Truhe oder noch sparen und dann den Anboss? Ich würde sagen mit Ruhe, oder? Ich kann das im Moment wenigstens ein bisschen lernen Ah, Ruhe auf jeden Fall Alles klar Äh, dann hat er eigentlich auch einen Mantel Mantel Ist ja geil, hast du einen Mantel von dem? Komm rein und guck mal nach dem Werten von dem Mantel Frage Mantel Ja, Zombies drin! Zombies drin! Zombies drin! Ja, Zombies drin! Zombies drin! Boah! Das ist der Ringmann zu, äh, Seite Ja, hat keine Werte Ich kann ja mal direkt Einfach hier geben Ich kann es auch mal zeigen Ja! Ja! Äh! Ja! Ja! yy, aber Entschuldigung Ausgeruchtet im Mantel-Al saint Keine Werte werden Doch verbessern estamos Snapchat Jetzt habe ich ihn zwar an, aber es wird nicht angezeigt. Okay, dann mach ich mich so. Schön schön. Okay, ich könnte jetzt auch mal aufhören. Hast du eine Sache eigentlich in die Fuhr schon gepackt? Da ist zum Beispiel ein Goldfish. Alter, ich mach den Goldfish hin. Goldfish. Oh mein Gott. Kannst du mir die Tür auf den anderen zuhören? Genau wie im Ironcraft. Warte, mach ich das glaube ich wirklich gerne. Ey, du hast einen fliegenden Fisch gekillt. Ich habe jetzt 2 Goldfish jetzt. 4 Goldfish. Warum haben wir 6 Goldfish? 6,4 Goldfish. Ähm, pack du am besten auch deine Kupferminzen-Silberminzen-Truhe. Weil da kannst du nämlich später bei einem Händler besser Sachen kaufen. Hab ich gelesen. Ich kann dir jemanden aufmachen. Ein Knopf mit Regenschirm. Nein. Nein. Ich will einen Knopf haben. Wenn ihr den Knopf mehr kommt, Mann, ich bin Regenführer Du trägst manche Okay, dann lass uns mal ein bisschen in den Bier Richtung die Welt erkunden Na, guck mal, was wir denn hier haben Den Erd Ich war wieder, ich war wieder ein Goldfisch Vor allem der Witz, hast du ein Goldfisch am Land? Ja, ich hab wieder Ich hab wieder Hier ist eine Kuh, dann müssen wir erstmal nicht die Mütze machen. Geil, was ist das? Kletterklauen Ich nehme alles mit und dann lenke ich schon in die Ruhe rein Ich würde sagen, die Ruhe nehmen wir auch mit Dann brauchen wir nämlich keine Bauern Ja ok, dann halte ich diesen kurz geklopft und hier kommt live Aua! Aua! Mann! Löser Glock Die Lilla und die Blauer werden weg Aber ich... Ich mache mich nicht runter Der ist unter mir Ist auch ein normaler Stein Ja, schade Ich brauche jetzt nicht alles Ding, da kommen schon 3 Stunden Ja, ich muss gehen Ich muss nur runter bauen Der hat nämlich nur noch 94 Holz Entschuldigung, die muss ich Ja, auch schon ein bisschen Wie viel haben wir da? Wie lange trägen wir es halt? Wenn du Hilfe brauchst du abgeschaut Ach du Scheiße, du brauchst Hilfe Ich wollte gerade sagen Mit 4 kann man schmeißen Ok, laufen wir ein bisschen weiter Ich habe jetzt hier noch 160 Holz Oh, sie ist gut grün noch Oh, da oben ist auch was drin Oh, da oben ist auch was drin Ich muss mich auch bestellen Hilfe! 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 Hä, wieso kann ich das Klasse nicht abbauen? Wahrscheinlich bei der Bombedruck steht, ha? Ja, nur bei der Bombedruck steht Ja, nur bei der Bombedruck steht Ja, das ist wieder Eisenerz Eisen ist gut Eisen ist gut für die Haufen Ah! Ja toll Die Dinger sind schlau Wie kann ich hier rosten? Hier kann ich rosten Nein! Ja! So, kriegst du das hin und ich nicht? Ich trage aufs Mantel! Nehm! Also gar nicht! Oh! Hier kommt Eislandschaft Hallo! Ja, ich tue hier oben gerade die 3 Bäume abrufen Also ein Dauer von zumindest Oh, es ist noch dunkel Ich glaube, das sollte langsam wieder heim gehen Herr Kopp, lass draußen bleiben Nein, ich gehe heim Ja Wenn du sterben willst, bitte Ohne mich Aber jetzt wovoni mal passiert ist Ich wurde von einem Heizerfett Ich wovon einem Heizerfett Ich hör zu ihm Jetzt wovon wir Was ist denn hier? Ich wusste da Was ist denn hier? Ich wusste da Was ist denn hier? Nichts Das ist ja Was ist denn hier? Aber es ist sicher raus, sich hier durchzutraben wie an der Oberfläche langzulassen, und so geht es wenigstens vom Material zusammen Oh, ich habe Kinder! Ich wusste doch, dass das nicht lohnt Ich kriege noch Fisch, ich kriege noch Fisch Das war gar nicht, die Nacht, das war einfach... Was fahren wir denn hier? Guten Herbst! Ich habe doch die Hunde trainiert, die schon wieder durchläuft Wieso PvP? Alter, das könnte ich wieder schlagen Das können wir jetzt nicht mehr nebeneinander kämpfen Ja Das kann ich auch nicht machen, weil ich mal auf der Karte und... Ja, wir sind da raus Ich habe noch was theatre, ich habe hier bitte Seht euch mal das Sobald der Dunkel hoch drauf von Uhiu vom dann Oh, ich seh da hinten ein Buffet Und da leuchtet rügens was Die sind gleich gut 8. 1. 1. Unwahl, was die Schritt, ist sch wielding. Oh, ist es wirklich? Ich bin so drein. Ach so. Nö. Keine Ahnung. Was geht hier? Inbauen. Den Rest, dann haue ich jetzt einfach in den Pool rein. Kleinbälle, yay! Jetzt war es mir zu geschlau als ich dachte. Jetzt ist ja auch der Luke, der Lucky Luke. Voll für sie, zwei Stück, zack, zack. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, wie stuft die? Der Rest hat ja seinen eigenen Raum. So, er freut sich doch. Ja, das ist wirklich schlecht.